Hallo, Schwarzmüller hier. Seit 150 Jahren kennt man unsere Anhänger. Höchste Zeit uns mal vorzustellen. Sie haben keine Spedition zu Hause? Dann aber sicher eine Zeitung. Alle Produkte unseres täglichen Lebens müssen als Rohstoffe oder Fertigwaren von A nach B und oft auch nach C transportiert werden, bevor wir sie in den Händen halten können. Was wir damit zu tun haben, wollen wir Ihnen jetzt zeigen. Der erste Schritt zum intelligenten Fahrzeug besteht darin, unseren Kunden zuzuhören. Ich brauche einen 3-Achstieflader-Anhänger mit Nachlauflenkachse, voll hydraulischen Rampen und das Ganze in orange. Na gut, verstehen muss man sie auch. Denn mit jeder Herausforderung entwickeln wir uns weiter, um noch leistungsfähigere Premium-Fahrzeuge herzustellen. Seit 150 Jahren bildet das Hand in Hand unserer Mitarbeiter das Fundament dieser Arbeit. Von den Auszubildenden über unsere gesamte Produktion bis hin zum Verkäufer. Mit dem gleichen Pioniergeist, mit dem Josef Schwarzmüller in einer kleinen Schmiede mit einem Anhänger für ein Pferd begonnen hat, bietet die internationale Schwarzmüller-Familie heute eine Produktpalette von über 150 Fahrzeugen für sämtliche Einsatzgebiete und sämtliche Pferdestärken an. Getreu unserem Motto, intelligente Fahrzeuge, ist es für uns selbstverständlich, unseren Kunden mehr als nur perfekte Verarbeitung zu bieten. Jedes Fahrzeug soll so effizient wie kein anderes und an Performance nicht zu übertreffen sein. Jeder Anhänger verlässt unser Werksgelände in einwandfreiem Zustand, denn nicht nur unsere Kunden setzen täglich auf die Verlässlichkeit unserer Produkte. Jeder Einzelne soll davon profitieren. Selbst für eine Zeitung muss schließlich einiges transportiert werden, unter anderem das Holz im Rungenwagen. Im Sinne unserer Umwelt haben wir auch dieses Fahrzeug mit der Leichtbauweise kombiniert. So wird weniger Treibstoff verbraucht und es kann mehr Gewicht zugeladen werden, was zu weniger Fahrten führt. Ein zeitlicher und finanzieller Mehrwert für unsere Kunden. Intelligent eben. Zwei Drittel unserer Fahrzeuge sind Sonderanfertigungen zum Beispiel für die Papierindustrie. Dort wird das Holz zu tonnenschweren Papierrollen weiterverarbeitet, die täglich sicher transportiert werden müssen. Damit haben wir uns befasst, die optimalen Befestigungssysteme verbaut und auf die Robustheit des Materials geachtet. Auf Schwarzmüller kann man sich einfach verlassen, denn wer uns vor eine Herausforderung stellt, weiß, dass wir sie mit Leidenschaft meistern werden. Handschlagqualität eben. Damit jeden Morgen eine neue Zeitung bei uns ankommen kann, müssen unzählige Zahnräder ineinander greifen. Dazu tragen wir unseren Teil bei, indem wir seit 150 Jahren unsere Visionen Realität werden lassen. So sind wir zu einem der größten Anbieter in Europa geworden und setzen alles daran, dass das auch so bleibt, um eine stabile Zukunft für unsere Mitarbeiter und unsere Kunden zu sichern. Unsere Kompetenz hat Tradition und unsere Fahrzeuge haben Zukunft. Damit schaffen wir weiterhin die Voraussetzungen dafür, dass sämtliche Produkte in unser Leben transportiert werden können. Tag für Tag. Schwarzmüller – intelligente Fahrzeuge.